Wir sind die Familie Ronkatschalli, Katharina, der Matthias und meine Wenigheit der Herbert und wir sind jetzt das dritte Mal, ich glaube sogar das vierte Mal beim Tiroler Sternenhimmel Adventkalender dabei und uns freut es, dass wir mit unserer Musik bedürftigen Menschen Unterstützung bieten können und wollen euch auffordern, großzügig zu spenden, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit mit dem nächsten Stück. Musik 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 Musik